Sie hat große Pläne. Ja! 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 Sie werde ich vollkommen. Koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dazu jeden einzelnen von euch töten muss. You must rally the Horde and lead your people to their destinies. So, genug der Promo. Dienstag, neuer Patch 1845. Stehen wir zur Verfügung und warten auf den neuen Weltbus in der Blushumküste ganz im Südwesten. Seid dabei, wir erwarten euch. Auf geht's, das wird sicher wieder geil. Kommt mit eurem 80er, holt euch auch Buffo dabei. Wir werden jedes einzelne Fünkchen brauchen und natürlich auch sehr viel Zeit. Hier oben gleich mal das erste Consumer, das ihr euch holen solltet. Nämlich das Feuer-Elementarpulver und hier auf der rechten Seite kommen auch gleich noch die Samen-Kern-Türmchen, die Heal-Unschaden machen können. Bitte auch mitnehmen. Und hier links kommt auch gleich noch das stellbare Mortar-Kittchen. Die drei Sachen solltet ihr auf jeden Fall dabei haben. Und weil ich auch noch so frech bin, kommt hier unten auch gleich nochmal der Abo-Button. Danke fürs Gucken. Seid dabei am Dienstag. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage diamond-pirates.engine.com Bis bald!